hallo herzlich willkommen wieder bei der nächsten Folge von Call of Duty Black Ops 3 und wie ja ich bin heute schon wieder am PC ich hab euch versprochen da kommen nächste Woche zwei Folgen aber Sonntag mache ich auch eine Folge aber auf Liste 4 endlich sag ich so und wir machen schon wieder Sniper so wie immer fast immer Juhu tot Nein Gwander hat mich erwischt gut Stellung du Scheiße das gefällt mir überhaupt nicht Moment mal dass diese Stellung da ja als Sniper und als Camper als Sniper ich hab gute Stelle Einer war von mir ja diese Stelle ist ein bisschen kacke weil ich hab so eine gute Chance Stellung identifiziert Stellung gehört uns umkämpft Ah hier ist Stellung identifiziert bei 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 Nein, ich habe kein Mund mehr. Stellung identifiziert. Weiße haben die Stellung erobert. Verbündet werden nähert sich. Stellung abgeriegelt. Wo ist die Stellung? Hä, ich habe gedacht, dort? Das kann nicht sein. Da ist die Stellung, ok. Toll, da habe ich nicht gewusst. Stellung verloren. Stellung gehört uns. Hä, wie? Da haut keiner. Verbündete Drohne nähert sich. Ja, kein Wunder, dass der mich weggeholt hat. Stellung gehört uns. Stellung vom Temp. Wer ist besser getarnt geblieben? Ah, du Bastard. Der zweite Platz ist nichts wert. Vernichtet sie. Stellung umkämpft. Stellung verloren. Stellung gehört uns. Feindliche Vorräte über uns. Du weißt, ihr werdet es sind. Er kann ein ganzes Suprypt und schlafen. Und ja, ich habe das alles ganz sicher. Das ist meinst du nachdem. Zwischen das. Naja, was passt denn. Wir haben das. Ich bin ein bisschen. Ist der Grund? Yo, wir haben das sehr besser. Warum? Komm, komm So viel zum Hinterhalt Juh, ist glu Pisskopf Stellung identifiziert Feinde haben die Stellung Wieso wir verarschen? Einfach zu spät abschossen Schieße ich oder was? Das kann ich sehen Da Ja, super Ah, zu früh Viel zu früh Nein Pisser Ja, von hinten Super Du gib dir Du bist Pisskopf Gehen wir weiter Und Kashi vorbei Scheiße, komm I Achtung Feindliche Drohne nähert sich Feindliche Schwebeladung im Operationsgebiet Stellung identifiziert Stellung abgeriegelt Ja, danke Aber war nicht nötig Ja, gewonnen Wuhu Aber viel Kills wahrscheinlich habe ich nicht gemacht Daumen, daumen, schieße ab ihm Ja, aber Ja, er kann klauen mein Kill Ist sie ja klar Das kann nicht sein Er klauen mein Kill Ja, egal Ist so Passiert Nun Tschüssi Gut